Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Hero. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Mai 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Ascending Zeichen, okay? Also schauen wir mal. Für Zwillinge bitte. Im Mai 2023. Weisst du, was ich vor meinem geistigen Auge sehe? Gebirge, diese Landstraßen da in Amerika, Colorado, diese schnurgeraden Langstraßen, die so leicht geneigt hochgehen. Und am Ende der Straße sieht man da die Colorado-Gebirge. Roadtrip, das ist der Wagen, in Tarot ist das die Wagenkarte. Es geht hier um eine schnurstrackste Linie, die du da gehst, oder wenn man so diese Straßen anschaut. Die sind schnurgerade, ist eine Straße, links und rechts ist Wüste. Da muss man gar nicht abbiegen. Also du hast da im Mai 2023 eine ganz genaue Vision, Zwillinge. Du weißt ganz genau, wo lang. Und ich sehe, wie du dich auch gar nicht von links oder rechts ablenken lässt. Ja, es ist regelrecht so dieses, da muss ich lang, da fahre ich durch. Okay? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Für Zwillinge bitte im Mai 2023. Ciao. Da geht's lang. Page der Münzen. Da geht's lang. Du bist, im Mai bist du gar nicht an einem Punkt, wo du so sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ja, wo du vor allem auch unzufrieden bist mit deiner gegenwärtigen Situation oder ähnliches. Nee, du bist sehr zukunftsorientiert und du bist auch sehr offen für Neues, sehe ich hier im Mai 2023. Und mit Page der Münzen vor allem sehe ich, dass du hier etwas langfristiges neu beginnen möchtest mit deinem neuen Alter. Wir haben immer so ein bisschen einen Moment der Stille vor jedem Geburtstag. Ja, mit 20, 25, 29, 34, ja, jedes Mal ist da, oder, so der Blick auf das Alter und der Blick auf eben die Phase, oder, was bedeutet das jetzt für mich, dass ich in Richtung 40 gehe, was bedeutet das für mich, dass ich in Richtung 30 gehe, ja, und dann stellt man sich die entsprechenden Fragen, schaut sich das Leben an, das man lebt und findet dann, nee, 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 oder jetzt, da ich 19 Jahre alt geworden bin, 29, 39 Jahre alt geworden bin, sollte ich jetzt da Bewegung in die Sache bringen und dies und jenes ändern. Und bei einigen von euch geht es hier darum, dass ihr für jenes Alter, das jetzt auf euch zukommt, ja, jetzt in der Zwillinge-Phase, euch bereits etwas vorgenommen hattet in der Vergangenheit. Ja, so dieses, oder wenn ich 28 werde, möchte ich dies tun. Wenn ich 36 werde, möchte ich eine Weltreise machen. Ich möchte vor 35 mein Kind bekommen. Ich will mit 40, ab 40 will ich heiraten. Solche Dinge, ja, die du dir in der Vergangenheit vorgenommen hast. Und jetzt ist das Alter da und jetzt wird es Zeit dafür. Ja, du hast hier diesen Plan bereits. Du weißt bereits, wo lang. Okay. Gut. Page der Kirche. Ja. Es ist hier ein schöner Mix aus Dingen, die du schon immer machen wolltest und Dingen, mit denen du nichts mehr zu tun haben möchtest. Und Dinge, die du neuerdings machen möchtest. Okay. Dinge, die du schon immer machen wolltest. Dinge, die du neuerdings machen möchtest. Page der Kirche. Ach der Kirche. Ja, und dann gibt es noch Dinge, die du nicht mehr tun möchtest und die du sozusagen zurücklässt. Du wirst dann hier in, ab 10 bis 15 Jahren wirst du rückblickend diese Zeit als jene Zeit sehen, wo du dich am meisten verändert hast. Oder wo du sagen wirst, damals im Mai 2023 wurde ich das, was ich jetzt bin. Okay. Ab diesem Alter, als ich zack, Jahre alt geworden bin, dann hat sich da was bei mir geändert. Ja, das ist ein Riesenkreis, der sich hier bei dir verändert. Mit Ach der Kirche sehe ich, dass es hier gewisse Umfelder gibt, die, hey, schau dir doch. Ich muss langsam, muss ich Kim Kardashian zitieren. Wie hat die in einem Video, hat sie total realitätsfremd, hat sie in einem Video, in einem Interview gesagt, people need to get their ass up and work. Leute sollen ihren Arsch hochkriegen und arbeiten, niemand will heutzutage arbeiten. Nein, das sind solche Menschen, ja, die wollen nicht arbeiten, die denken, es ist alles Zufall. Okay, wenn dir was auf den Schoß fällt, dann ist das Zufall. Und damit hattest du es jetzt hier in letzter Zeit ziemlich oft zu tun, dass Menschen das Gefühl haben, dass du vom Glück besonders reich beschenkt worden bist. Okay. Achte mal auf jene, die, gut, wie kannst du das herausfinden? Also die, die dich beneiden, sind jene Zwillinge jetzt in deinem Fall, die anderen sehr Tolles über dein Leben erzählen. Das tönt jetzt paradox, aber es gibt Menschen, Zwillinge, denen du erklärst, die Ausbildung ist so hart, ja, ich muss hier echt schuften und im Job oder jetzt da bei dieser, dieser angesehenen Versicherung oder da werde ich gemobbt und ja, mein Freund ist schon ganz toll, aber wir müssen da noch gewisse Dinge klären, ja, solche Dinge erzählst du jemandem und diese Person, ja, nimmt da einfach nur auf, ja, weißt du, Zwillinge studiert jetzt dies und das, Zwillinge arbeitet bei dieser angesehenen Versicherung und Zwillinge ist voll, das ist ganz toll, blendet komplett das Negative aus, nicht, um nicht zu schwatzen, um das geht es nicht, sondern es ist das, was dieser Mensch aufnimmt in Bezug auf dich, nimmt nur das, das auf, ja, es ist eine spezifische Person hier um dich herum, ist eine Person, die nur das Gute, was dir passiert sieht, das, was dahinter steckt, sieht dieser Mensch nicht, okay? Achte mal drauf, wer da wie redet und, okay, achte mal drauf, ob da jemand zum Beispiel auch so schnippige Bemerkungen macht, Allah, komm, Zwillinge, du musst nicht reklamieren, du hast es doch gut oder solche Dinge. Gut, vielleicht bekommst du es auch gar nicht mehr mit, weil du mit 8 der Kirche hier das hier machst. Hoppala, die Weltkarte umgekehrt, gut, da kommt jemand aus der Vergangenheit. Du dachtest, dass eine Geschichte abgeschlossen ist und nun zeigt sich hier im Mai, dass die Geschichte noch gar nicht abgeschlossen ist, 5. Erschwerter und schon hast du diese als eine Suppe hier, siehst du, schau mal, siehst du, ja, ja, es ist schon nicht, oder, das hier ist auch nicht wirklich Zufall, du hast hier einen Plan, weißt, was du tun willst, weißt, was du nicht mehr tun willst und dann kommt hier plötzlich etwas aus der Vergangenheit und alles kommt durcheinander. Jetzt warst du hier so schön da, ja, auf Route 66 oder sonst welche, gerade Straße unterwegs und wusstest, wohin und dann kommt hier jemand und bringt etwas durcheinander bei dir. Okay. Das Durcheinander hier geschieht, weil du auch nicht abgeschlossen hast hier. Okay. Weil hier ist 5. Erschwerter oder die großen Arcanas, die stellen das dar, was uns passiert. 5. Erschwerter hier, kleine Arcanas zeigen, was wir tun, was wir selbst tun. Wenn da eine alte Kiste geöffnet wird und hier eine abgeschlossene Sache sich doch nicht als abgeschlossen darstellt, könntest du eigentlich auch sagen, ist mir egal, kannst auch wieder das hier machen, okay. Aber das sagst du nicht. Das sagst du nicht. Warum? Weil du der Meinung bist, dass diese Geschichte tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist, okay. Da kommt einiges wieder durcheinander. Hoffen wir, dass du noch vor deinem Geburtstag das Durcheinander hier in transparente Bahnen lenkst sozusagen und dann auch hier dann weißt, wo es lang gehen soll. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt in Bezug auf diese Person. Für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.